Ja, herzlich willkommen zum ersten Experten-Webinar der PDN-Stiftung speziell für Berufsschullehrer und Ausbilder. Mein Name ist Markus Specht und neben mir steht der Herr Andreas Molitor von dem Unternehmen Kessel, der auch gleich den ersten Vortrag halten wird. Ja, hallo in die Runde. Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen und wie ich eben gerade gehört habe, auch schon einloggen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name, wie ich eben schon erwähnte, ist Markus Specht. Ich bin 45 Jahre, bin seit nunmehr 15 Jahren im Unternehmen als Reisender fürs Handwerk zuständig und freue mich auf meine künftige Aufgabe für Berufsschulen, für Innungen, für Handwerkskammern, eigentlich alle Institutionen, die sich rund um das Thema Nachwuchsförderung kümmern und sie dort auch zusammen mit dem Stiftungsrat und der Peter-Jensen-Stiftung auch unterstützen zu können. Das heute soll ein Start sein, ein Startschuss für künftige Veranstaltungen, die wir hoffentlich auch als Präsenzveranstaltungen dann durchführen können. Und dazu zählen dann aber auch im Anschluss an solche Veranstaltungen Werksfahrten. Das hatten Andreas und ich auch schon besprochen. Dass man nicht nur die Teambildung dadurch auch stärkt, sondern gleichzeitig auch das Wissen, was man sich heute und künftig auch aneignet, dementsprechend auch nochmal festigt. Ich kann einfach nochmal darum bitten, dass wir als Stiftung Sie in allen Belangen unterstützen wollen, nicht nur fachlich, wie wir es heute schon tun, sondern natürlich auch sachlich. Wenn Sie tolle Konzepte haben, treten Sie an mich ran. Informieren Sie mich. Meine Kontaktdaten haben Sie und dementsprechend werde ich Sie auch gerne persönlich aufsuchen, sofern das dann auch die Pandemie erlaubt und die Inzidenzen. Und dementsprechend werden wir dann auch dafür Lösungen finden und alles im Interesse der Auszubildenden. Ja, wie ich eben schon sagte, für den ersten Vortrag haben wir den Andreas Molitor gewinnen können von der Kessel AG. Ich selber hatte schon mal das Vergnügen, ein Webinar mitzuerleben, war absolut begeistert, muss ich so neidlos anerkennen und freue mich eigentlich auch schon auf die kommenden 60 Minuten, vielleicht auch plus minus 10, 15 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen uns auch gestellt werden. Sie haben die Möglichkeit, über den Chatroom uns Fragen zu stellen und dementsprechend bin ich auch überzeugt, dass wir da eigentlich keine Frage offen lassen können. Ich gebe mir alle Mühe. Ansonsten übergebe ich jetzt auch schon den Staffelstab an Andreas und freue mich auf die nächsten 60 Minuten. Viel Spaß. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, heute hier sein zu dürfen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, was Peter Jensen hier organisiert, im virtuellen Raum, euch die Möglichkeit zu geben, Informationen zu bekommen und das jede Menge, heute zwei Stunden, etwas über zwei Stunden geballte Info. Ist ja toll, dass das überhaupt möglich ist. Ich komme gerade aus meinem Auto heraus, habe einen Beitrag gelesen, Spiegel Online, dass die Menschen eine gewisse Sehnsucht nach Präsenz schon wieder haben. Also Digitalisierung hin oder her. In dieser Pandemie ist viel passiert und Unternehmen reagieren. Sie organisieren sich neu und schaffen Technik an und Menschen stehen vor Kameras. Aber wir alle haben ja auch irgendwie die Sehnsucht danach, mal wieder physisch zueinander zu kommen. Und das Angebot wollen wir heute unter anderem ja auch machen, unsere Unternehmen kennenzulernen. Marco Specht spricht hier für Peter Jensen, für die tolle Stiftung, die Peter Jensen da hat. Ich stehe für die Kessel AG hier. Habe auch eine Menge Informationen rund um das Thema. Was kann man miteinander machen? Was bieten wir denen, die da ausbilden, in der Lehre an? Da haben wir ein breites Spektrum. Das ist eigentlich meine Hauptinfo heute, euch klarzumachen, was wir euch anbieten, um die Lehre zu unterstützen und dieses Thema Entwässerung, das ja nur einen klitzekleinen Teil ausmacht an der Entwässerung, ein bisschen zu highlighten. Dazu habe ich euch ein paar Folien mitgebracht. Und das wird auch so der Leitfaden sein für mich in den nächsten 60 Minuten. Wir blenden die Folien bitte mal ein. Genau. Und ich habe hier den Drücker, um mich da durchzuarbeiten. Also zuerst einmal noch mal vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Organisation an Peter Jensen. Schön aber auch, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns hier heute zuzuhören. Und mein Auftrag ist es jetzt, dass sich das für euch lohnt, also möglichst viel Nutzen hier mit rüber zu bringen. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe mir permanent Gedanken gemacht. Was kann ich tun für Menschen in der Lehre, um hier Inhalte zu liefern, die am Ende auch Nutzen bringen. Und was an Entwässerung aktuell Interessantes habe ich euch mitgebracht, also um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Da soll es bei Ablauftechnik um Brandschutz gehen und um Abdichtung im Verbund. Da gibt es seit 2017 neue Normung. Ein kleines Highlight darauf. Also nur die interessantesten Sachen. Dann habe ich eine ganz neue Kategorie Hebeanlagen für euch dabei. Die Hybridhebeanlage revolutioniert das Geschäft im Bereich Rückstauschutz vor allem, auch bei größeren Abwassermengen. Das sollte man als Lehrender kennen, bin ich der Meinung. Deswegen möchte ich euch dieses Prinzip kurz erklären, denn die Normen kennen das noch nicht. Das ist relativ neu. Und das Highlight aus meiner Sicht kommt am Ende, das Beste zum Schluss, das Kessel Bildungspartnerportal. Die Kessel AG hat schon vor einiger Zeit eine eigene Landingpage gemacht für die, die ausbilden und lehren. Wir engagieren uns insgesamt recht massiv in der Sache Ausbildung und Lehre, weil unsere Lösungen ein Stück Sicherheit ja geben im Gebäude. Und dieses System Entwässerung am Ende gut funktionieren muss. Tut es das nicht, ist nicht nur Komfort und Hygiene infrage zu stellen, sondern auch die Sicherheit von Menschen. Also das ist ja keine Sache, die man vernachlässigen sollte. Ich bin selbst 25 Jahre jetzt für Kessel im Vertrieb unterwegs. Andreas Moditor mein Name. Ich kenne die Praxis ganz gut. Ich war zehn Jahre im Außendienst in Rhein-Main. Bin da durch viele Keller durchgegangen, habe mit Architekten, mit Planern in Büros über Entwässerung nachgedacht und Lösungen angeboten. Aber auch mit Handwerkern in der Sanierung gearbeitet. Ich habe viel Kontakt zu Berufsschulen gehabt. Es war für mich schon früh die Gelegenheit, Multiplikatoren zu finden, mit denen ich gemeinsam da Aufklärungsarbeit geleistet habe. Das Thema Schutz vor Rückstau, Wasser im Keller. Da habe ich gleich eine Frage an euch. Ist da draußen nicht immer professionell und 100% sicher gelöst? Das wisst ihr, glaube ich, dir der zum guten Teil ja aus der Praxis kommt auch sehr gut. Also das ist meine Motivation heute, hier Inhalte zu zeigen. Ich möchte mit euch so ein bisschen auch über das System reden. Also nicht nur das Highlight, was ich euch gerade vorgestellt habe, sondern auch kurz darüber sprechen, wie wichtig das doch ist, dass man dieses Entwässerungssystem als Ganzes versteht. Und das bei kleinen Problemen und geringer Abweichung ist schon zu heftigen Konsequenzen kommen kann. Konkrete Beispiele kennt ihr selbst genug, muss ich euch gar nicht erklären. So ein stinkender Bodenablauf in einem hochwertigen Hotel ist nicht wirklich gut für den Betreiber. Ein Keller, der einen Meter unter Wasser steht, bewohnt Wohnraum, ist eine Katastrophe für den Nutzer. Das wisst ihr alle. Das heißt, dieses Entwässerungssystem hat Beachtung verdient. Und vielleicht ist es jetzt auch schon zu viel. Ihr wisst das. Ihr kennt auch die Problematiken, denke ich, ganz gut in der Praxis. Ich möchte es noch ein bisschen highlighten. Denn Entwässerung wird gerne unterschätzt oder vergessen so ein bisschen. Das macht am Gebäude Wert insgesamt etwa ein bis zwei Prozent nur aus. Das ist unterschiedlich. Wenn man jetzt Abscheider, Hebeanlage hat oder nicht, geht der Wert ein bisschen hoch oder runter. Aber es sind nicht mehr als ein bis zwei Prozent am Gebäude wert. Und deshalb wird es häufig gerne vergessen oder vernachlässigt. Ihr kennt dieses Thema Schutz vor Rückstau beziehungsweise auch Leitungsführung. Das, was die DIN 1986-100 hier in diesem Lande seit über 90 Jahren regelt. Dann kam Anfang 2000er-Euro-Norm noch dazu. Also die Regel gibt es schon lange, dass man Hausentwässerung und Regenentwässerung im strikten Trendsystem führen sollte. Ich habe viele Häuser besucht in meiner Zeit in der Praxis und habe mehr Häuser gesehen, bei denen das falsch ausgeführt war als richtig. Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich habe keine Zahlen, aber ich will euch gleich eine Frage stellen und eine Einschätzung mal haben, was ihr glaubt, wie viel da richtig gemacht wird. Ihr wisst auch alle, dass man Gebäude, die Ablaufstellen unter der Rückstauebene haben, vor Rückstau schützen muss. Ansonsten passiert das, was hier auf der Folie zu sehen ist, Wasser dringt in den Keller ein, bei Wohnraum die Katastrophe. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, wenige Tage nach dem Problem, die emotional völlig aufgerührt Angst hatten, das Haus zu verlassen, hohen finanziellen Schaden erlitten haben, obwohl eine Kleinigkeit, sage ich mal, eine Rückstausicherung an der richtigen Stelle das Problem erst gar nicht hätte entstehen lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Um dieses Thema Entwässerung zu highlighten, stelle ich seit Jahren in der Ausbildung die Frage an meine Gäste, was glaubt ihr? Und die Frage möchte ich heute auch mal an euch richten. Liebe Berufsschullehrer, die mir da heute zuhören, was glaubt denn ihr? Wie hoch ist der Anteil der normgerecht und sicher, bitte schön, vor Rückstau geschützten Gebäude im deutschen Bestand? Also wenn ihr mal alle Gebäude seht, großes Haus, Industrie, Gewerbe, Mehrfamilienhaus, kleines Gebäude, Einfamilienhaus, egal was auch immer, wenn ihr da 100 Prozent der Gebäude im Bestand seht, was schätzt ihr, wie viel Prozent dieser Objekte sind normgerecht und sicher? Das heißt, Ablaufstelle unter Rückstau eben an der richtigen Stelle mit der richtigen Lösung vor Rückstau geschützt. Seid doch so gut, gebt mir mal eine Einschätzung im Chat. Habe ich schon dazu aufgefordert, Fragen zu stellen. Wir haben es ganz zu Anfang getan. Also bitte, Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Wenn ich unverständlich oder zu schnell rede, bitte stellt die Fragen im Chat. Ich habe eine hübsche junge Dame, die mich aufmerksam macht auf Fragen, die mir jetzt auch mal eine Einschätzung geben kann der Zahlen, die da kommen. Wie viel Prozent glauben denn unsere Gäste, der Objekte im deutschen Bestand sind sicher geschützt? Also da sind Zahlen gefallen wie 20 Prozent, 12 Prozent, 40 Prozent, 15 Prozent. 45 Prozent, 35 Prozent und 15 Prozent. Okay, wir bewegen uns zwischen 10 und fast 50 Prozent. Das ist eine gewisse Bandbreite, aber klare Ansage von denen, die in der Bildung arbeiten, die zum guten Teil wahrscheinlich aus der Praxis kommen, ist, dass es nicht mehr als die Hälfte der Objekte ist, die tatsächlich vor Rückstau geschützt sind. Diese Frage stelle ich seit vielen Jahren und ich bekomme immer die gleichen Antworten. Irgendwie zwischen 20 und 40 Prozent bewegt sich der Bereich, wo mir die Menschen aus der Praxis sagen, die es wissen müssen, Handwerker häufig mit vielen Jahren Erfahrung sagen, ja gut, das ist ein Drittel. Die, die an das Gute im Menschen glauben, sagen bis 50 Prozent. Viel mehr ist es nicht. Das heißt ja, am Umkehrschluss, dass die Hälfte aller Gebäude da draußen, die Rückstauerschutz brauchen, ihn nicht haben. Und ein bisschen ist das so, wie wenn man mit einem Auto auf die Straße fährt, ohne eine Bremse dabei zu haben, weil das Gewicht, Bremssattel, verbrauche ich zu viel Sprit. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt mal bremsen muss mit meinem Auto. Machen wir nicht. Ist unvernünftig, wissen wir alle. Und genauso unvernünftig ist es im Gebäude. Und trotzdem schaffen wir es nicht, alle Beteiligten in der Branche, von den Planenden über den Ausführenden bis zur Industrie und auch dem Handel, nicht mehr als etwa die Hälfte der Gebäude mit dem nötigen Schutz auszustatten. Das ist eine traurige Bilanz. Und da spielt ihr in der Ausbildung ja eine enorm wichtige Rolle bei der Thematik. Also das zu highlighten und den jungen Schülern klarzumachen, Leute, das Thema hat Beachtung verdient. Ihr müsst normgerecht und sicher vor Rückstau schützen. Tut ihr das nicht, steht ihr mit dem, was ihr da nicht macht, am Ende in der Verantwortung. Und das wollte ich hiermit einfach nochmal thematisieren. Zeigt mir doch bitte nochmal meine Folie. Wie wichtig es ist, auf Entwässerung zu achten. Und ich stelle gleich noch eine zweite Frage. Und ich weiß, dass in diesem Moment, wenn ich die stelle, meine Gäste grinsen, lachen, schmunzeln müssen. Denn die Frage danach, wie viel Prozent der Rückstausicherungen, die wir da draußen haben, das kann ja die Hebeanlage sein nach die 1986 und der Rückstauverschluss. Was glaubt ihr, da bitte ich nochmal um eine Ansage im Chat, schreibt mir nochmal ein paar Zahlen rein. Was glaubt ihr, wie viel Prozent dieser Lösungen, über alles gesehen, werden im normgerechten Intervall gewartet? Ich weiß, dass viele gar nicht wissen, wo der normgerechte Intervall bei Hebeanlagen zum Beispiel im Gewerbe viermal im Jahr liegt. Das kostet Geld. Was schätzt ihr, wie viel Prozent der Anlagen bekommt denn diese regelmäßige Pflege und Beachtung durch den Betreiber? Noch eine spannende Frage und ein bisschen Interaktion hier in unserer Veranstaltung. Und ich schaue nochmal rüber zu meiner netten Dame. Genau, da sind Zahlen gefallen wie 10 Prozent, 5 Prozent, 20 Prozent, 10, 20, 10, 20 Prozent. Und das ist hervorragend. Ihr gebt gute Antworten. Die passen zu dem, was ich sonst auch höre. Immer das Gleiche. Da liegen wir irgendwie bei 10 bis 20 Prozent. Auch hier gibt es keine Untersuchung. Ich habe jetzt kein Ergebnis für euch oder wo liegt die Zahl tatsächlich? Ich lebe von dem Ergebnis dieser Abfrage jetzt seit vielen Jahren ganz gut, indem ich die Leute eben aufrüttle und wachrüttle so ein bisschen und klar mache, dass diese Lösungen sich selbst überlassen werden, wenn sie denn überhaupt eingebaut sind. Mehr als die Hälfte der Objekte hat keine Rückstausicherung und von denen, die eine haben, werden da nur 10 bis 20 Prozent regelmäßig inspiziert. Traurige Bilanz. So, vielleicht könntet ihr davon ein bisschen was weitergeben an eure Auszubildenden, an die Handwerker. Highlightet dieses Thema Entwässerung. Es ist so ein bisschen wie die Bremse am Gebäude. Wird stark vernachlässigt, kann man sehr viel mehr machen. Okay. Ich denke, eure Aufmerksamkeit ist jetzt hoch für das Thema Entwässerung. Hier geht es um Sicherheit. Das ist das Wichtigste eigentlich. Es geht aber auch um Komfort und Hygiene. Also das sind die Dinge, die Entwässerung leisten soll. Neben dem, was die Norm formuliert an Funktionen, an Lösungen, an Schutz, ist es das eben, was es für den Hausbesitzer, für den Betreiber am Ende ja tun soll. Und der, der die Systeme plant oder baut, trägt die Verantwortung. Habe ich in meiner Praxis immer wieder gehört, naja, der Kunde zahlt mir das nicht. Ich mache das nicht, weil der Kunde das nicht will. Der, der an diesen Systemen arbeitet, trägt die Verantwortung. Auch das, denke ich, muss ich euch gar nicht groß erklären. Das wisst ihr, wenn man an einer Entwässerungsanlage baut, die nicht der Norm entspricht, hat man mindestens die Aufgabe und Pflicht, darüber zu sprechen, dass man da vor Rückstau schützen müsste in diesem Keller. Die wenigsten Handwerker tun es tatsächlich in der Praxis. Obwohl es auch ein Geschäft ist, natürlich Wartung, festgeschriebener Intervall, fester Vertrag, tolles Geschäft. Wir als Hersteller machen das inzwischen gerne selbst. Wir haben eigene Servicetechniker inzwischen uns angeschafft, weil die Bereitschaft am Handwerk zum guten Teil gar nicht da ist, sich darum zu kümmern und diese Lösungen regelmäßig zu inspizieren. Okay, das war mein Motivationsteil, um euch ein bisschen wach zu rütteln hier, wenn ihr es nicht sowieso schon seid. Jetzt lasst uns ein bisschen über Technik reden und über Neues in Sachen Entwässerungstechnik, ein paar Highlights, die ich euch ja eben schon angekündigt habe. Und das ist zum einen der Bodenablauf. Da fange ich auch problembezogen an. Das muss ich euch, denke ich, auch nicht erklären, was rund um diese klitzekleine Lösung im Gebäude, es ist ja das Ende der Rohrleitung sozusagen, da wo unser Abwasser wegläuft, der Bodenablauf. Was da alles schief laufen kann, ein ganz wichtiges Thema und darüber möchte ich auch kurz heute reden, ist eben das Thema Abdichtung. Abschluss der Abdichtung an diesen Bodenablauf, da gibt es ja heute dauerhaft elastisch gestrichene Bauchemie auf dem Estrich, die an unseren Flansch rangearbeitet werden muss. Aber bitteschön gut gereinigt der Flansch, grundiert, vorbereitet, dann mit der richtigen Manschette, mit dem richtigen Material Bauchemie in Verbindung gebracht. Da kommen die Gewerke Sanitär und Fliese zusammen und das ist ein spannender Bereich, in dem so einiges auch eben nicht funktioniert. Was kann man da tun als Handwerker, um Probleme vorzubeugen? Das soll heute das Thema sein. Mangelhafte Abdichtung. Es gibt aber auch Ablaufstellen, die nicht der tiefste Punkt auf der zu entwässernden Fläche sind. Eigentlich selbstverständlich, dass so eine Ablaufstelle der niedrigste Punkt sein soll, damit das Wasser wegkommt. Schaut mal hier oben, seht ihr rechts eine Abbildung von einem Flansch, der auf den Rohbeton gelegt wurde. Dann kommt eine Bitumenabdichtung auf den Flansch drauf, gegen Flansch verschraubt. Da ist ein Zentimeter Höhenunterschied. Auf diesem Flachdach steht erstmal Wasser, ein Zentimeter Höhe, bevor das weg kann. Großes bauliches Problem, planerisch von der Umsetzung her schlecht gemacht. So bitte nicht. Bodenabläufe kriegen nur eine gewisse Menge Abwasser weg. Da gibt es eine Ablaufleistung, die von den Herstellern angegeben wird. Diese Ablaufleistung darf von uns gemessen werden bei maximal zwei Zentimetern Überstau. Wissen viele nicht, dass die Angabe bei diesem ultraflachen Ablaufsystem mit zwei Zentimeter Überstand gemessen werden darf. Das sagt uns die Norm zum Thema Ablauftechnik. Zwei Zentimeter in der bodengleich gefließten Dusche heißt ein Zentimeter irgendwie schon im Raum sozusagen. Also achtet darauf, was bringt der Ablauf weg und wie viel Abwasser spendet mein Duschkopf. Wir reden über Werkstoffe hier in diesem Bereich. Und das ist auch wieder jetzt etwas, womit ich sensibilisieren möchte. Ihr kennt die Probleme wahrscheinlich alle und jetzt denkt der eine oder andere, jetzt redet mal über Lösungen. Aber das könnten Folien sein, mit denen auch ihr in der Lehre den Auszubildenden auf die Praxis vorbereitet. Denn das, was wir hier in Abbildungen haben, stellen wir euch im Bildungspartnerportal zur Verfügung, um es selbst in der Ausbildung zu nutzen. Darauf komme ich aber am Ende nochmal zu sprechen. Schaut mal auch hier ein absolutes Highlight. Bei dem Verbau von Bodenabläufen in die Decke, ihr schaut hier unten oder bei der oberen Abbildung auf das Bodenteil eines Kunststoffablaufsystems. Ich war nicht selbst in dem Objekt drin, das Bild ist noch nicht so alt. Ich wette, dass das wie ein Resonanzkörper richtig schön trommelt, wenn da von oben Wasser drauf fällt. Also Schallschutz schaut ganz anders aus. Dazu zeige ich euch gleich noch ein, zwei Einbauszenarien, wie man Schallschutz gut realisieren kann. Auch dazu habe ich eine neue technische Lösung. Schall- und Setzungsdämpfer, die Schall entkoppeln, die Körperschall minimieren. Heißes Thema im Gebäude ist das Thema Geräusche. Was kann noch schief laufen? Man kann Abläufe einfach vergessen und sich selbst überlassen. Irgendwann stinkt es, weil sie verschmutzt sind, bis Oberkante, Unterlippe. Richtig brenzlig wird es bei dem Thema Brandschutz. Da zeige ich gleich noch die Kessellösung in diesem Bereich. Wie machen wir Abläufe brandschutztechnisch sicher mit einem Einsatz, der aufquillt im Brandfall? Ohne diese Sicherung seht ihr hier in der Abbildung links, setzt sich Feuer durch die Decke von einem Geschoss ins nächste fort. Da gibt es Regeln. Landesbauordnung verlangt, dass wir bei gewissen Gebäudehöhen entsprechende Sicherungseinrichtungen vorsehen. Damit der Brandabschnitt eingehalten wird, auch ein spannendes, heißes Thema. Ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, das, was ich euch hier zeige, zeige ich nicht, weil ich glaube, dass ihr das nicht alles kennt, sondern nochmal, weil ich euch diese Unterlagen hier gerne zur Verfügung stelle, um mit euren Schülern nicht nur darüber zu reden, was die Norm verlangt und wie man das technisch richtig macht, sondern was in der Praxis auch immer wieder zu Problemen führt. Bei dem Thema Brandschutz jedes Jahr zu über 600 Toten, vor allem durch Rauchgas, das sich in Gebäuden verbreitet, häufig auch über Entwässerungsanlagen, diese Rohrleitungen durchziehen das Gebäude wie unser Kreislauf, unseren Körper. Und wenn wir einen Brand haben in der Tiefgarage und der Bodenablauf im Hotelzimmer oben keine wirksame Wasservorlage mehr hat, dann wirkt er wie ein Kamin, bringt das Rauchgas in das Zimmer des schlafenden Menschen und schon ist das riesengroße Problem da. Also heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes, hier muss der Ausführende wissen, was er tut. Ich werde euch jetzt nicht erklären, wie ein Ablauf funktioniert, aber ich zeige euch ein paar Abbildungen, die wir da haben und damit könntet ihr es euren Schülern gut erklären. Was macht ein Ablauf? Hier sehen wir eine zweiteilige Abdichtung, Flansch unten, Flansch oben, der einmal Dampfdiffusion aufnimmt, unten und oben eben Dünnbett, gestrichene Abdichtung auf dem Estrich, so schaut, sage ich mal, Ablauftechnik in die Bodenplatte oder die Decke gut integriert aus. Wir sehen hier, was passiert, wenn Wasser kommt. Die Wasservorlage wird gespeist, das Wasser läuft über. Wir haben da eine Glocke, wir haben ein Standrohr in diesem Ablauf drin zum Kanal. Und wenn kein Abwasser kommt, dann kommt Kanalgas eben aus der anderen Richtung und will ins Gebäude hinein. Dafür ist diese wirksame Wasservorlage normativ 5 Zentimeter im Gebäude, 10 Zentimeter außerhalb des Gebäudes ja da, um jetzt Geruchsbelästigung zu verhindern. Aber was passiert, wenn dieser Geruchsverschluss austrocknet, wenn die Wasservorlage nicht mehr da ist? Dann wird aus diesem klitzekleinen Detail im Entwässerungssystem ein echtes Problem, in der Form, dass wir eben nicht mehr mit Komfort und Hygiene, sondern hier mit Gestank konfrontiert werden im Gebäude, im schlimmsten Fall mit Rauchgas, das Menschen töten kann. Und wir, die Industrie, forschen und entwickeln da fleißig weiter. Kessel bietet seit einiger Zeit mechanische Geruchssperren an, die nicht mehr auf Wasservorlage angewiesen sind. Die habe ich auch dabei. Und wenn wir das hier schaffen, mal groß ranzuzoomen, dann können wir die Funktion von diesem Megastop hier auch mal live erleben. Geht schon los, die Kamerafahrt. Das hier ist Megastop. Das ist ein Einsatz, den wir in den Bodenablauf oben zusätzlich zum klassischen Geruchsverschluss einsetzen können oder auch als Ersatz für den klassischen Geruchsverschluss. Also wer großes Objekt plant, es normgerecht haben will und die Höhe da ist, der kann Megastop neben dem klassischen Geruchsverschluss einsetzen, um Geruchsproblematik zu verhindern über eine mechanische Sperre. Das heißt, Wasser läuft hier oben rein. Dieser Teller wird von dem Gewicht des Wassers aufgedrückt. Megastop lässt das Wasser in den Ablauf hinein. Wenn kein Wasser mehr kommt, wird der Teller von einer Feder, die hier verborgen sitzt, zurückgezogen an die Dichtung. Und so dichtet Megastop Schaum, ungeziefer Geruch sicher ab, auch ohne Wasservorlage. So etwas kann man nachrüsten. Das heißt, dieses Teil ist in jede Kesselablaufstelle einfacher, oben nachzurüsten, um diese Sicherheit zu haben. Den Komfort und den Nutzen kann man sowas auch im Nachhinein einsetzen. Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, okay, habe ich noch nie gesehen, nie gehört, kennt die Norm nicht, wird nicht beschrieben. Ja, so ist das mit Innovationen. Wenn Industrie Neues macht, dann steht das erst mal nicht in der Norm drin. Aktuell beschäftigt sich der Normenausschuss, die 1986, aber mit diesem Thema mechanische Geruchssperre intensiv, weil man das Problem der austrockneten Geruchsverschlüsse seit vielen Jahren kennt. Also ein bisschen interner aus dem Normenausschuss. Da sitzt eben auch Kessel, da sitzen verschiedene Hersteller mit drin, reden mit, diskutieren. Wir bieten diese Lösung schon an und das wird irgendwann auch normativ beschrieben werden. Aber kann man heute in Kesselablaufstellen schon einsetzen. Clevere kleine Lösung. Fragen haben wir keine, sonst hätte sich jemand gemeldet. Ich fordere nochmal dazu auf, Fragen zu stellen, wenn irgendetwas unklar ist. Wenn ihr hier Dinge seht, die ihr nicht versteht, sehr gerne. Wir machen mal weiter mit den Folien. Und reden ein bisschen über die Regeln rund um den Bodenablauf und zwar das, was Schallschutz betrifft. Da gibt es eine Norm, die in 4109 die maximale Schallwerte angibt für Räume, die als Wohn- und Schlafräume deklariert sind oder als Unterrichts- und Arbeitsräume. Da geht es eben darum, nicht mehr als maximal 30 oder 35 dB Schall im Raum zu haben. Und wir haben all unsere Ablaufsysteme getestet, vorausgesetzt, sie sind richtig eingebaut. Das gucken wir uns gleich an. Aber egal, welches Ablaufsystem wir da auch haben testen lassen, unter den Bedingungen, die die Norm definiert, was den Prüfaufbau betrifft, sind wir da mit allen Ablaufstellen weit unter dem, was die Norm verlangt. Das hängt ein bisschen auch mit den Werkstoffen zusammen, die wir da verwenden. Kunststoff ist eben kein guter Schallleiter. Leiter, Körperschall wird von Kunststoff zum guten Teil absorbiert. Und so kommen hier Werte stabil für das gesamte Ablauftechnik-Sortiment zustande, die deutlich unter dem liegen, was die Norm da verlangt. Vorausgesetzt allerdings, dass man diesen Fußbodenaufbau, und das erklärt mir die Norm nicht genau, so gestaltet, dass Körperschall eben nicht aufs Bauwerk übertragen wird. Also unsere starre Decke, der Beton- und Körperschall, der von oben kommt, über die Dusche, über das auf die Fliese prasselnde Wasser, darf eben nicht möglichst schlecht weitergeleitet werden. Und dazu ist Trittschalldämmung nötig. Ihr seht hier unseren Aufbau, den wir zur Prüfung im Fraunhofer-Institut gewählt haben. 25 mm Trittschalldämmung. Und ihr seht da einen Dübel, der in den Beton, in den Rohbeton, in die Decke geht und die Ablaufstelle an diesem Einbauort fixiert. Auch keine selbstverständliche Lösung. Und da muss man auch wissen, was man tut, denn der klassische Dübel ist dafür nicht unbedingt geeignet. Und dazu habe ich euch auch noch mal was mitgebracht, das ich ganz gerne zeigen würde. Nämlich diese Dübel müssen aus einem speziellen Material gefertigt sein. Und mein PM hat mir verboten, vom Dübel zu reden. Aber ich weiß ja, dass das dem Handwerker erstmal klar macht, worum es hier geht. Also wir haben etwas, was in den Beton hineingehört. Wir haben eine Stockschraube, die unseren Bodenablauf fixiert. Auch eine gute Nachricht, dass es Technik gibt, die dafür sorgt, dass man so eine Ablaufstelle in der Rohbaufase fixieren kann. Aber das Geheimnis dieses Dübels, ich verwende das Wort jetzt zum letzten Mal, ist, dass das hier maximal flexibel und weich ist. Also dieser Schall- und Setzungsdämpfer, so ist er bei uns in der Programmübersicht beschrieben, ist extrem weich. Das heißt, Körperschall, alles, was hier an Geräuschen auf die Ablaufstelle wirkt, wird hier eben an der Stelle nicht aufs Bauwerk übertragen oder nur minimal. Und noch ein Umstand, Setzungen. Wenn meine Drittschalldämmung, Steinwolle, Glaswolle, Styropor, sich bewegt, und das tut sie, wir haben Versuche gemacht, in denen wir festgestellt haben, dass da zwei, drei, vier Millimeter Setzungen stattfinden. In diesem Fall, wenn man Schall- und Setzungsdämpfer verwendet, dann setzt sich die Ablaufstelle mit dem sich bewegenden Fußbodenaufbau, sodass es zu keiner Problematik im Bereich der Abdichtung kommt. Ganz neues Teil, Schall- und Setzungsdämpfer, kennen viele nicht. Zwei Nutzen für den Handwerker. Einmal, ich kann meine Ablaufstelle dort fixieren, wo ich sie haben möchte. Zweiter großer Vorteil, Bewegungen und Schall werden von diesem Spezialdübel aufgenommen. Hier sehen wir den im Verbau mit einer Duschrinne, wandnah, also ganz nah ran an die Wand. Und dieses Teil ist zum guten Teil beweglich. Und bei dieser neuen Duschrinne liefern wir diese Schall- und Setzungsdämpfer sogar im Komplettpaket serienmäßig mit. Also da muss ich gar nicht mehr zur Baustelle fahren, zum Handelfahren, ins Abhollager, um mir die Befestigungselemente zu holen, sondern ich habe alles, was ich brauche, auf der Baustelle. Hier seht ihr mal unseren Versuchsaufbau. Da haben wir mit Fässern, wir haben die mit unterschiedlichem Wasserstand eben unterschiedlich schwer gemacht, um so ein bisschen zu lernen, was da passiert. Wenn man näher hinschaut, rechte Abbildung, ihr seht da bei der Schraube oben einen schwarzen, einen roten Strich. Das war Höhe-Estrich vor und nach Belastung mit Gewicht. Das heißt, der Fußbodenaufbau, wenn man da Trittstalldämmung hat, gibt nach, bewegt sich. Und wenn wir das nicht ausgleichen, beziehungsweise die Ablaufstelle das mitmacht, dann kommt es zu einer Belastung am Flansch oben an der Stelle, wo die Abdichtung sitzt. Und wenn da was reißt, dann wissen wir alle, was passiert. Dann ist diese bodeneben gefließte Dusche eben nicht mehr dicht. Also kleines Technik-Feature, neue Lösungen in dem Bereich, die dafür sorgen sollen, dass wir dauerhaft sicher diesen bodengleich gefließten Duschbereich dicht herstellen können, um Schäden zu vermeiden. Ich kenne selbst aus eigener Praxis Reklamationen rund um dieses Thema. Und das waren für mich die übelsten Termine überhaupt, da mit Gutachter, Architekt, Bauherr, Betreiber zu stehen und irgendwie nachzuvollziehen, wann wurde denn hier wo, was an welcher Stelle nicht getan. Estrich, Decke, Abdichtung, kaum mehr nachvollziehbar und lange Verfahren, teilweise hohe Schäden. Wenn du so ein großes Objekt hast mit mehreren hundert Ablaufstellen, kann richtig was zusammenkommen. Also da gut zu planen, sicher zu bauen, ist ein guter Tipp, denke ich, für alle, die in der Ausführung sind. Und für Sie in der Ausbildung, macht eure jungen Auszubildenden darauf aufmerksam, welche große Verantwortung man da als Ausführender trägt an genau der Stelle. Denn da steht Wasser, es ist der tiefste Punkt in dieser Duschfläche, dauerhaft dicht zu bauen. Okay, dieses dauerhafte Dichtbauen erfordert aber auch eine gute Anbindung dieser Bauchemie an die Ablaufstelle. Nochmal, da kommen zwei Gewerke zusammen, der Sanitärmann, also eure Klientel und der Fliesenleger. Spannendes Zusammentreffen auf der Baustelle, könnt ihr alle Geschichten erzählen, bin ich mir sicher, was da alles gut funktioniert oder vielleicht auch mal nicht so ganz gut funktioniert. Häufig stellt ja der Installateur die Ablaufstelle bei und der Fliesenleger muss dann damit irgendwie arbeiten. Heute bringen die teilweise ihre Materialien aber auch mit. Gut ist es, wenn man das gut vorbereitet und möglichst wenig Fehler zulässt, indem man die richtigen Materialien verwendet. Wir haben jetzt endlich eine Norm zu dem Thema. Seit 2017 gibt es die 18534, die uns klar macht, wie wir im Innenraum abzudichten haben. Da ist eben diese bis dahin, ja nicht illegal, aber eben nicht normierte, dauerhaft elastische Masse jetzt beschrieben, die alle Bauchemiehersteller inzwischen anbieten, die an diese Ablaufstellen von uns da angebunden werden müssen. Und die Norm formuliert neu unterschiedliche Wassereinwirkklassen. Also wir definieren, wie viel Wasser steht denn in diesem Raum an. Höchste Wassereinwirkklasse W3 im öffentlichen Bereich, Reinduschanlagen, Schwimmbad, Schule, Sporthalle, Hotel, also viele Nutzer, andauernde Belastung. Höchste Wassereinwirkklasse W3 erfordert eine Mindestflanschbreite, ich bringe es schon mal auf den Punkt, was meine Info hier ist, von 5 Zentimetern, wenn man diese Dichtmanschette selbst vor Ort aufträgt. Das ist ja so, dass wir Ablaufstellen liefern, ihr seht da oben diese blaue Manschette, die an den Flansch anschließt. Wenn das der Handwerker vor Ort macht, dann muss dieser Flansch eine Mindestbreite haben, sagt die Norm völlig zu Recht, damit wir sicher sein können, dass das richtig gut funktioniert, von 5 Zentimetern. Das bringen nicht alle Ablaufstellen mit. Und man muss eben dafür sorgen, dass der Flansch sauber ist, bevor man ihn grundiert, um dann mit der richtigen Manschette und dem richtigen Klebstoff diese Manschette dicht aufzubringen. Und da wisst ihr schon, welche Gefahren da lauern in der Praxis. Deswegen mein Tipp ganz konkret und da bitte ich euch auch, diese Kunde weiterzutragen. Der Trend in der Industrie ist es, diese Gewebe fest anzubinden. Da habe ich noch mal was zum Zeigen. Ich habe hier eine ganz flache Ablaufstelle, den ultraflachen. Das ist sowas für die Sanierung, wenn Kunde im bestehenden Gebäude Bodenebene Dusche haben will. Hier bringen wir keine 5 Zentimeter Großverschlusshöhe mit, sondern 22 Millimeter, aber eben das flachste Ablaufsystem am Markt. Und ihr seht hier fest angeformt am Flansch die Manschette von uns, industriell vorgefertigt, bringt dieser Ablauf die Manschette schon mit. Und das ist mein Tipp an alle, die da draußen Bodenebene Duschen herstellen, kauft, bestellt. Ablaufstellen mit dieser Manschette von der Industrie, egal welche Hersteller, fest angeformt, industriell vorgefertigt. Dann ist dieser nötige Schritt auf der Baustelle gar nicht mehr da und wir schließen das Risiko aus, dass da Fehler gemacht werden. Diese Manschetten werden mit einer Bauzeitschutzabdeckung hier schön verpackt, sodass der Fliesenleger, wenn er denn kommt, Aufsatzstück obendrauf dann weiterbaut und hier die sichere Basis hat für den Anschluss der Abdichtung. Denn hier wirken Kräfte. Das heißt, diese Manschette muss Unterschiede in der Temperatur, Unterschiede in der Belastung aushalten. Denn hier kommt Estrich und Kunststoff zusammen an der Stelle. Und das ist auch der Punkt, an dem, wenn Setzungen da sind, wenn sich die Ablaufstelle um einen Millimeter bewegt, eben an dieser Abdichtung, auf dieser Abdichtung Kräfte wirken, da ist der Schall- und Setzungsdämpfer dann, sage ich mal, die Lösung, die das zuverlässig und gut verhindert. Das klappt toll hier mit eurer Technik. Großes Lob an das Jensen-Team. So kann man gut arbeiten. Prima. Ablauftechnik. Ich mache mal weiter. Habe noch eine gute halbe Stunde Zeit. Ich denke, wir sind gut im Plan. Wir wollten über Brandschutz miteinander reden. Ein Thema von mir vorgeschlagen, deshalb, weil es ein ausgesprochen wichtiges Thema ist, weil es hier um Menschenleben geht. Und diese Bodenabläufe da eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Welches Gebäude, welchen Brandschutz braucht, sagen uns die Bauordnungen der Länder. Also eine Landesbauordnung ist definiert. Einfamilienhäuser, eine Wohnung, niedrige Höhe brauchen gar keinen Brandschutz. Und dann geht das mit der Gebäudehöhe und der Forderung nach Brandschutz eben nach oben. Und das ist ein regelmäßiges Thema in unseren Webinaren. Kessel selbst ist Ausbilder hier in Sachen Entwässerung mit einem umfangreichen Webinar-Programm, mit aber auch eigenen Kundenforen. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder, wo wir über diese Themen reden und wo wir sie unseren Gästen auch an die Hand geben. Und ich sage es, ich nehme es schon mal vorweg. Dazu lade ich euch und eure Schüler auch herzlich ein, diese Kessel-Kundenforen in den Regionen. Wir sind hier in Hamburg mit einem eigenen Standort vertreten. Etwa 200 Quadratmeter, 100 Quadratmeter Technikausstellung, 100 Quadratmeter Präsentationsfläche oder Schulungsfläche, um Entwässerungstechnik begreifbar, angreifbar zu machen, zu zeigen, zu erfahren. Damit kriegen wir einen Eindruck hin, den wir in dieser Art und Weise hier oder im Webinar eben nicht hinbekommen. Brandschutz bei Bodenabläufen. Da geht es darum, den Brandabschnitt einzuhalten, vor allem. Und für uns, die wir viel mit Kunststoff seit Jahrzehnten arbeiten, ist diese Diskussion um die Baustoffklasse so ein bisschen ein Problem. Schon seit einiger Zeit wird gerne darüber gesprochen, dass Baustoffe ja Brandlast ins Gebäude bringen. Und bei Bodenabläufen wäre es gut, wenn man da gusseiserne Abläufe verwenden würden, weil die nicht brennbare A1 die Brandlast nicht erhöhen. In der Theorie alles gut. Für mich ist es nur wichtig, dass ihr in der Lehre an die Schüler weitergebt, dass die Hauptthematik dieser Brandabschnitt ist. Also der Ablauf, egal ob er aus Gusseisen, Kunststoff oder Edelstahl besteht, ist ja erst mal nichts anderes als ein Loch in der Decke. Und da habe ich noch mal was zum Zeigen für euch. Ich habe hier einen Bodenablauf aus einer Mischung aus Kunststoff und Metall. Denn letztlich ist es nicht wirklich relevant, aus welchem Material dieser Grundkörper hier besteht, weil er erst mal nichts anderes ist als ein Loch in der Decke. Also egal, ob der aus Kunststoff besteht, aus Gusseisen oder Edelstahl. Schaut mal, wenn wir hier durchgucken, und das gilt für alle Werkstoffe, dann sind Bodenabläufe erst mal nur ein Loch in der Decke. Und das gilt es eben sicher zu machen, was Brandweiterleitung betrifft. Und die Anforderung ist, dass sich Brände nicht über Decken im Gebäude schnell verbreiten oder über die Entwässerungsanlage. Deshalb muss man hier in diese Abläufe, und das gilt für alle Werkstoffe, völlig egal, ob das Kunststoff, Edelstahl, Gusseisen noch mal ist oder das, was wir hier ganz neu machen, weil wir der Korrosion den Garaus gemacht haben, hier mit Kunststoff- und Metallmischung. Das hier ist ein Kunststoff mit Metallanteil, also ein ganz moderner Werkstoff, der hervorragend geeignet ist, um diese Kartusche aufzunehmen. Und das ist das eigentliche Geheimnis bei dem Thema Brandschutz im Bodenablauf. Diese Kartusche hier eingesetzt, sorgt dafür, dass wir bei Brand, ich drehe den mal um und zeige euch das mal von unten, die quillt auf und sorgt so dafür, dass der Durchgang verschlossen wird. Also diese Kartusche, Fire-Kit heißt das bei uns, und nach dem gleichen Prinzip machen das andere Hersteller auch, sitzt in dem Bereich, quillt bei Hitze auf und sorgt so dafür, dass der Brandabschnitt eingehalten wird. Und das ist einmal der Brandschutz von innen, und dann gibt es ihn auch noch von außen, denn beim Einsetzen von Bodenabläufen in Decken gibt es ja zwei Vorgehensweisen. Man kann eine Aussparung schaffen mit einem Styroporblock, im Beton ein Loch schaffen, später etwas einbauen, und dann muss man das zumörteln, damit dieser Grundkörper auch außen herum dicht eingebaut ist. Und hier haben wir eine Lösung, Quick-Fit nennen wir das, gibt es auch von anderen Herstellern, die in eine Kernlochbohrung 160 mm in die Decke eingesetzt wird. Ich gehe mal ein bisschen runter hier auf den Tisch, und wenn das jetzt meine Decke ist, dann brauche ich eine 160 mm Kernlochbohrung, um diese Einbauhilfe Quick-Fit einzusetzen. Und dann setze ich den Bodenablauf rein und habe damit die Brandschutztechnik Superlösung ohne weitere Maßnahmen. Ich muss nichts mehr mit einem Brandschutzmörtel verfüllen, also das geht in kurzer Zeit sehr schnell und sicher. Und das Geheimnis dieser zwei Einsätze ist das Material, was wir hier sehen. Das ist ein spezieller Kunststoff, intumeszierendes Material, der quillt auf unter Hitze, bildet eine glasharte, nicht brennbare Masse. Umso heißer es wird, desto mehr quillt er auf. Das ist das gleiche Prinzip wie bei den Brandschutzmanschetten. Das kennt der Sanitärmann auch bei den Rohrleitungen, die wir durch Decken durchführen. Nichts anderes ist das hier auch. Und auch da arbeiten alle Hersteller mit ähnlichen Materialien. Ein spezieller Kunststoff, hier ist Grafit mit drin, der bläht auf und sorgt so dafür, dass diese Ablaufstellen allesamt dieser höchsten Forderung im Gebäude, dass die Ablaufstelle dem Brand zwei Stunden Widerstand leistet. F120 ist diese Klasse Feuerwiderstandsdauer. Und das kann jedes Kesselablaufsystem, ob Kunststoff, Edelstahl oder Ekoguss, mit diesem Firekit, mit diesem Einsatz und mit diesem Quick-Kid, mit der Einbauhilfe, sind sie geprüft und zugelassen, F120 geeignet, so einen Brandabschnitt eben für zwei Stunden sicher zu machen. Und deshalb denke ich gar nicht so sehr darüber nach, welchen Ablauf ich jetzt im Gebäude da einsetze. Denn bei uns, bei diesen Ablaufsystemen aus dem Hause Kessel, kann man jeden Ablauf mit diesem Firekit auch in der Nachrüstung zum Brandschutzablauf nachrüsten und umbauen. Hier seht ihr noch ein Aufsatzstück. Vielleicht gucken wir uns das auch kurz an, weil da geben wir auch eigene Wege oder haben uns Dinge überlegt, die es den Nutzer leicht machen, da ranzukommen. Ihr seht hier eine Edelstahlabdeckung, die ist sehr stabil, richtig massiv, mit einer speziellen Verriegelungstechnik. Und wer will, kann so etwas im Unterricht gerne zeigen. Das heißt, wir stellen euch diese Materialien sehr gerne zur Verfügung. Da ist Kessel ganz großzügig. Also wenn ihr in der Lehre so etwas mal zeigen wollt, euren Schülern diese Techniken an die Hand geben möchtet, tut das, sprecht uns an. Am Ende meines Vortrages mache ich noch klar, wie ihr an den richtigen Ansprechpartner kommt, wie ihr an die richtige Information kommt. Schaut mal, dieses Rost hier wird durch diese Verriegelung aus dem Aufsatzstück herausgedrückt und wieder reingezogen. Also hier muss man nicht mit dem Schraubenzieher rangehen. Lock and Lift nennen wir das, ganz massiv aus Edelstahl. Und so etwas kann man auch mal zeigen, wenn ihr möchtet. Okay, ich räume hier mal ein bisschen auf, damit ich mich hier nicht überschlage. Aber es geht ganz flott. Und mache weiter mit meinen Folien. Gerne. Andreas, eine Frage wurde im Vorwege schon gestellt. Du hast ja jetzt gerade viel über Brandschutz gesprochen. Ja. Es wurde ganz konkret noch mal die Frage gestellt im Vorwege, welche Relevanz hat der Brandschutz nun heutzutage beim Ein-Familien-Haus. Also ist es jetzt vorgeschrieben? Muss der Installateur Brandschutz beachten oder nicht? Ja. Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil die Bundesländer das unterschiedlich regeln. Das heißt, im Grunde genommen ist der Handwerker aufgefordert, sich in der Landesbauordnung seines Bundeslandes darüber schlau zu machen, welche Anforderungen da sind. Bei Gebäuden niedriger Höhe, so ist es in der Norm formuliert, mit einer Wohnung ist gar kein Brandschutz erforderlich. Nur diese Gebäudehöhen sind nicht in allen Bundesländern gleich definiert. Wir hatten mal eine Tabelle, die ist aber inzwischen nicht mehr aktuell in unserem Planungshandbuch drin, die klargemacht hat, in welchem Objekt welcher Höhe, welcher Brandschutz gefordert ist. Also da kann ich euch nur die eine Antwort geben. Schaut bitte in die Landesbauordnung. Was wird dort gefordert? Weil jedes Bundesland das ein bisschen unterschiedlich definiert. Die gute Nachricht, die ich habe, was das Ablaufsystem betrifft, mit diesem Firekit F120 geprüft und zugelassen, sind wir für jede Gebäudeart und auch für das Hochhaus ausreichend gut geschützt. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Ablauftechnik. Ich fühle mich übrigens extrem wohl mit diesem violettfarbenen Hintergrund. Das ist Kesselfarbe. Perfekt. Gute Symbiose hier. Jensen und Kessel, wir harmonieren hervorragend. Hier seht ihr nochmal diese Feuerwiderstandsklassen 30, 60, 90, 120. Das steht für die Zeit, die dieser Ablauf dem Feuerwiderstand leisten muss. Das heißt, die Decke sicher macht vor Brandweiterleitung. Und nochmal, das, was ich euch da gerade gezeigt habe, ist F120 geprüft und damit für jede Gebäudehöhe und für die höchste Anforderung ausreichend leistungsfähig und widerstandsfähig, was das Thema Brandschutz betrifft. Es funktioniert auf eine ganz einfache Art und Weise. Ihr habt es gerade von mir schon erklärt bekommen. Diese Kartusche quillt auf. Hier gelb links im Bild zu sehen. An der Stelle. Und verschließt damit den Deckendurchbruch. Und rund um den Ablauf auch gelb links im Bild gut zu erkennen. Quickfit, die Einbauhilfe, die außerhalb des Ablaufs zumacht. Und bei Brand, bei Hitze aufquillt. Und so die Decke verschließt. Das ist das, was Bodenabläufe mit Brandschutzeinrichtungen leisten. Und bei diesem Kesselablaufsystem ist beides, nein, nicht beides, ist das Firekit, das Innenleben auch nachrüstbar. Also wenn man Abläufe in die Decke integriert hat, wenn sie eingebunden sind ins System, in das Gebäude steht, könnte man sogar, wenn man das vergessen hat, Firekit in Ablaufstellen auch nachträglich nachrüsten. Fehlender Brandschutz bringt Menschenleben in Gefahr. Dazu haben wir schöne Animationen. Ich zeige euch gleich auf meinem Bildungspartnerportal auch ein paar Videos oder die Möglichkeiten, selbst Videos zu nutzen. Wir investieren inzwischen richtig viel Geld, diese Zusammenhänge grafisch gut aufbereitet, in bewegten Bildern darzustellen. Und die könnt ihr in der Lehre auch nutzen. Da haben wir eine Sammlung auf dem Bildungspartnerportal. Das zeige ich euch gleich. Ich habe davon gesprochen, dass das System zugelassen ist. Ganz wichtig, dass man dann die entsprechenden Prüfungen macht. Bauaufsichtliche Zulassung ist erteilt für beide Teile. Also dieses Firekit und Quickfit ist die sinnvolle Ergänzung der Kesselablaufsysteme, wenn man Brandschutz braucht. Für die Techniker unter euch, für die, die in der Ausführung sind, da gibt es Regeln, um dafür zu sorgen, dass diese Kartusche einen Raum findet, in dem sie aufquellen kann. Wenn wir sie unten aus der Decke rausschauen lassen, das Firekit, dann würde das intumisierende Material sich in, sage ich mal, verflüchtigen, würde ausbreiten, aber es findet keinen Raum, den es verschließen kann. Deshalb müssen Decken eine Mindeststärke haben, die Betondecken von 150 Millimetern. Und da muss man bei den Herstellern auch genau hinschauen. Da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Es gibt Hersteller, die noch dickere Decken brauchen. Und der Abstandunterkante, Firekit bis zum Beton, hier bei uns 15 Millimeter, auch den muss man einhalten, mindestens. Mehr ist besser, damit dieses intumisierende Material einen Raum findet, den es verschließen kann. Ganz einfache, sage ich mal, Thematik, was die Funktion betrifft, dieser Systeme. Bei allen Herstellern gleich und deshalb zu beachten und wichtig für den, der verbaut. Ein Tipp habe ich für euch noch in Sachen Planung von Ablauftechnik. Ich weiß, dass das viele nervt, da in diesen dicken Herstellerkatalogen die richtige Ablaufstelle zu finden. Ist nicht nur für Händler eine große Herausforderung. Das wissen alle, die damit zu tun haben. Das war für mich zu Beginn meiner Karriere bei Kessel auch ein Graus. Inzwischen haben wir einen richtig guten Planungsassistenten. Digital auf Kessel.de, Smart Select, kostenlos zu nutzen. Versetzt den Handwerker, den Planer in die Lage, schnell und einfach, fehlerfrei und sicher. Du kannst keine falschen Teile zusammen konfigurieren. Für die Anforderungen, die du hast, du gibst da deine Fliesenstärke, Estrichhöhe, Deckenstärke ein und bekommst dann das richtige System mit oder ohne Brandschutz. Das ist eine aufwendige Software, an der wir zwei Jahre gearbeitet haben, also da viel Energie investiert haben, um schnell und einfach zur richtigen Ablaufstelle zu kommen. Auch sowas könnte man, um den Schülern klarzumachen, wie einfach sowas heute geht, mal zeigen. Smart Select für Ablauftechnik, schaut es euch mal an. Ganz cleverer Konfigurator, um schnell und sicher an die richtigen Lösungen zu kommen. Mein erster Webinar-Tipp für heute, ich gebe noch zwei Webinar-Tipps immer wieder. Wir bieten eine Stunde Ausbildung an, kostenlos im Internet, drei Termine in der Woche. Kessel ist Ausbilder, Weiterbilder, virtuell. Das, was wir hier heute machen, ist für mich inzwischen Tagesgeschäft. Und es wird super angenommen von den Planern vor allem, weniger von den Handwerkern. Vielleicht macht ihr auch darauf aufmerksam, die jungen Menschen, dass sie am Smartphone von mir aus auch auf der Couch liegend mal eine Stunde sich einem Thema widmen können. Wie wird eine Hebeanlage berechnet? Wie lege ich einen Fettabscheider aus? Wie baue ich eine Hebeanlage ein? Wie wird sie gewartet? Das haben wir in kleine Häppchen, jeweils eine Stunde kostenlos für die Branche aufbereitet. Wen es interessiert, schaut mal vorbei. Unter kessel.de Weiterbildung findet ihr unser Ausbildungsprogramm. Ich bin vor kurzem schauspielerisch tätig geworden im ersten Kessel-Video-Blog. Da haben wir über die Rückstau-Ebene diskutiert. Denn da geben wir, Kessel ist ja der Hersteller in Sachen Rückstauschutz seit vielen Jahren in Deutschland, einen neuen Tipp, den es bisher so nicht gegeben hat. Denn die Norm, die geizt ja mit Informationen. Das wird Lehrinhalt bei euch sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wo ist Rückstau-Ebene? Die Norm sagt uns ja, höchstes Niveau im System. Dann ist da noch von dem Gehweg, also erst mal von der Straßenoberkante, dann vom Gehweg die Rede. Und dann am Ende irgendwie, wenn man immer weiterliest, 12.56, sind wir schon ganz weit hinten angelangt. Dann ist auch noch von der Straßenoberkante in ebenem Gelände die Rede. Also da wird so ein bisschen was angedeutet, aber nicht wirklich gut erklärt. Und auch das könnte ein Thema für die Lehre sein. Wir, der Hersteller Kessel, haben da inzwischen neue Abbildungen gemacht. Wir weisen darauf hin, dass Straßenoberkante eben nicht Schluss ist. Und das ist auch meine Erfahrung aus der Praxis. Immer wieder mal geht es um ein paar Zentimeter. Muss ich dieses Erdgeschoss jetzt vor Rückstau schützen oder nicht? Und da sagen wir, Achtung, Straßenoberkante reicht nicht. Denn da haben wir viele Bilder auch dafür. Und auch die könntet ihr in der Ausbildung nutzen. Die zeigen wir auf dem Bildungspartnerportal, die klar machen, dass es eine Schwankung gibt. Wenn sich Kanal füllt, drückt es aus diesem Kanal raus. Der Kanaldeckel fliegt durch die Gegend. Das hat nicht nur mit möglicherweise Gefälle zu tun, sondern auch mit dem Staudruck, mit der Quellströmung in diesem System, das dafür sorgt, dass wir über dieses Niveau hinauskommen. Da geben wir inzwischen eine ganz klare Empfehlung. Und das machen nicht nur wir, die Kessel AG, sondern auch die Normen im Ausland. Die Österreicher, die Schweizer sagen inzwischen nicht nur Straßenoberkante, sondern packt noch was obendrauf, gehe auf Nummer sicher, plus 15 Zentimeter. Das ist mein ganz konkreter Tipp. Und das ist auch das, was die Kessel AG jetzt in alle Unterlagen reinpackt und überall kommuniziert. Straßenoberkante plus 15 Zentimeter in ebenem Gelände. Und wenn es nicht eben ist, dann wird es ja richtig spannend. Da bitte ich nochmal um eine Einschätzung von euch Experten jetzt im Chat. Kleiner Test für alle, die sich mit Rückstauebene schon ein bisschen beschäftigt haben. Was wäre denn eure Ansage hier in diesem Fall? Ihr seht hier einen Schnitt durch den Kanal. Ihr seht ein Gebäude mit eigenem Revisionsschacht Nummer 2. Ihr seht hier einen öffentlichen Schacht Nummer 1 im weiteren Verlauf der Abwasserleitung. Und ihr seht vor dem Gebäude, weiter oben in der Straße, einen Schacht Nummer 3 bezeichnet. Und wo würdet ihr denn jetzt einem Handwerker hier die Rückstauebene einzeichnen? Auf welchem Niveau? 1, 2 oder 3? Seid doch so gut, schreibt mir mal was in den Chat. Jetzt seid ihr nochmal ein bisschen gefordert. Ihr Experten für das Thema. Denn das erklärt mir die Norm ja nicht so richtig. Was ist bei starkem Gefälle? Welchen Schacht muss ich denn da annehmen? 1, 2 oder 3? Machen unsere Gäste mit? 2 sind sich auf jeden Fall einig. Die haben 3 gesagt. Okay. Und der Rest? Wir haben immer noch 3, genau. Traut sich nicht. Auch 3. Genau. Sehr gut. Was wäre ja nicht anders zu erwarten. Es sind Experten, mit denen wir hier reden. Ihr kennt euch da gut aus. Also es ist ganz klar so, dass man in Fließrichtung, also gegen die Fließrichtung des eigenen Anschlusses vor meinem Anschluss den nächsten Entspannungspunkt annehmen muss, wenn wir Fahrbahn mit Gefälle haben. Ein Umstand, den viele nicht kennen, den wir inzwischen aber in unseren Unterlagen erklären. Auch dafür haben wir ein eigenes Webinar gemacht, Rückstauebene richtig definiert. Denn auch bei strahlend schönen Sonnenschein könnte es ja passieren, dass hier bei dem Roten Kreuz Verstopfung es nicht weitergeht. Weil irgendein Hobbygärtner hat sich da seinen Schrebergarten illegal angeschlossen an das öffentliche Entwässerungssystem, sorgt dafür, dass es dort nicht weitergeht. Dann würde ohne Regen das Abwasser aller anderen Teilnehmer so weit ansteigen in dem System, dass es eben das Gebäude flutet. Im schlimmsten Fall bis zu diesem Niveau Schacht Nummer 3. Das, was schnell dafür sorgt, dass wir das Niveau erreichen, möglicherweise sind Starkregenereignisse. Aber da muss ich nicht viel erklären. Das kennt ihr. Also auch diese Abbildungen könntet ihr in der Ausbildung nutzen. Das, was wir hier machen, zeigen wir im Webinar. Oder wir stellen es euch sehr gerne auch in Form des Bildungspartnerportals zum Selbstnutzen zur Verfügung. Letzter Punkt für mich heute. Die Uhr tickt. Ich habe noch zehn Minuten. Ist das Thema Hybrid Hebeanlage. Ich will euch noch einen Umstand kurz erklären, beziehungsweise auch noch mal eine Frage an euch richten. Ihr kennt ja alle hier links abgebildet. Die Situation Hebeanlage muss sein, weil die Ablaufstelle kein freies Gefälle zum Kanal hat. Wir müssen heben. Wunderbar. Mit der Druckschleife installiert sind wir damit auch physikalisch vom System getrennt. Wunderbar. Die mittlere Situation kennt ihr auch. Der Rückstoffverschluss ist unter gewissen Bedingungen ja zugelassen. Bei untergeordneter Nutzung, eingeschränkter Nutzerkreis und so weiter und so fort. Kennt ihr. Muss ich nicht erklären. Könnte Bestandteil der Prüfung eines Anlagenmechanikers sein, denke ich, auch ein Thema, das ihr lehrt. Jetzt haben wir rechts die Abbildung, auch aus der Norm, die die Hebeanlage zeigt, obwohl die Ablaufstelle freies Gefälle zum Kanal hat. Das heißt, hier schützen wir mit dieser Pumpe vor Rückstau ausschließlich. Eigentlich könnte die Ablaufstelle freies Gefälle nutzen. Und hier sagen wir bitte zukünftig genau überlegen, was man tut. Denn es gibt Alternativen zu diesem permanenten Heben. Das sind Lösungen, die kennt ihr von uns schon länger. In den kleinen Gehäusen, die eben eine Mischung darstellen aus der Hebeanlage und dem Rückstauverschluss. Ganz rechts seht ihr eben beides. Das ist die Hebeanlage, die freies Gefälle nutzt, aber nur im Rückstaufall mit Energie das Abwasser hebt. Im kleinen Rückstau-Pumpanlage, werden einige von euch kennen, haben wir das schon lange. Neu, jetzt auch für richtig große Abwassermengen, für Industrie, für Gewerbe, für den Hof der Spedition. 500 Quadratmeter beregnete Fläche kann man jetzt auch im freien Gefälle entwässern. Und die großen Vorteile, muss ich euch gar nicht erklären, sind kein Pumpenbetrieb, keine Geräusche. Wir verbraten keine Energie. Das funktioniert sogar ohne Strom. Das heißt, wenn es stark regnet, der Kanal frei ist, dann läuft mein Regenwasser auch ohne Strom weg. Wo die klassische Hebeanlage schon längst ein Riesenproblem machen würde. Also das Prinzip ist hochinteressant für den Betreiber, weil es eine Menge Vorteile bringt. Nur bei Rückstau, motorische Verschlusseinrichtungen, sicherer Schutz vor Rückstau, die Pumpe einsetzt, dann wie die klassische Hebeanlage. Ich bin ein bisschen schneller geworden, ihr merkt das, man drückt hier auf die Zeit. Mein eigentliches Highlight, das, was ich euch unbedingt zeigen will, jetzt am Ende, dafür muss ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen, ist aber das Bildungspartnerportal. Das war meine Initiative bei Kessel, liegt mir ganz besonders am Herzen und ist genau für euch, für die, die ich heute hier als Zuhörer habe, gemacht. Nämlich für den, der in der Lehre jungen Menschen beibringt, wie man richtig, sicher, normgerecht Entwässerungsanlagen herstellt. Sicherheit, Komfort, Hygiene, darum soll es am Ende gehen. Und die Unterlagen, die ich hier selbst nutze, die Prinzipien zu erklären, die Abbildung, Animation, all das stellen wir euch in diesem Bildungspartnerportal zur Verfügung. Das ist eine Seite, die man nicht sofort findet, wenn man da im Internet nach Informationen sucht. Auf kessel.de, Weiterbildung kommt man da hin. Wir werden euch die Folien zum heutigen Seminar aber auch zur Verfügung stellen, wo ihr diesen Link findet. Und ich lade euch herzlich dazu ein, dieses Angebot zu nutzen. Und ich kann jetzt hier auch ein bisschen was zeigen, live im Internet. Wir sind eingeloggt auf kessel.de. Wir sind jetzt hier live auf dem Kessel-Bildungspartnerportal. Link nochmal findet ihr in den Folien, beziehungsweise auch auf kessel.de unter Weiterbildung findet ihr das Angebot, hier an alle Lehrenden aus der Branche sich zu informieren. Wir sind jetzt gleich mal bei Aktuelles gelandet. Wollte ich eigentlich später erst mal, ich zeige es euch aber mal gleich. Schaut mal, wir haben hier die Hamburger berufliche Schule Anlagen und Konstruktionstechnik ausgestattet mit Kesselhebeanlagen auf mobilen Wägen. Hier kann der junge Auszubildende Hebeanlage auseinandernehmen, zusammensetzen, Funktionen begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und sowas bieten wir allen Schulen an. Also wer Interesse daran hat, selbst Materialien haben möchte, sprecht mit uns darüber. Wir sind da sehr großzügig, bieten das offensiv an. Nochmal, weil dieses Thema Entwässerung in vielen Fällen einfach zu kurz kommt. Und wir wollen, dass die Handwerker da sensibler werden. Damit wir von dieser miesen Quote, ich erinnere nochmal an den Anfang, nur 50% aller Objekte, wenn es überhaupt so viele sind, ist normengerecht und sicher vor Rückstau geschützt. Daran kann man arbeiten, das kann man besser machen. Denn der Betreiber versteht es am Ende nicht, warum er da nasse Füße im eigenen Objekt bekommt. Schaut mal, was die Hamburger Berufsschule hier an Aufwand betrieben hat, um Entwässerung sichtbar zu machen. Bodenabläufe, Glasrohr, sündhaft teuer. Ihr seht hier meinen Außendienstkollegen, ist er das wirklich, weiß ich gar nicht genau, Lars Klassen, der dafür zuständig ist, mit euch das Gespräch vor Ort zu führen. Also der ganz normale Kesselvertriebsmann, den ihr auf kessel.de Kontakt, Außendienstberatung findet, der spricht mit euch auch über eure individuelle Ausstattung, über das, was ihr da an Bedarf habt. Und wir haben einige Lösungen schon auch im eigenen Katalog sozusagen. Also es gibt Klarsichtmodelle, die ihr nutzen könnt. Es gibt aufgeschnittene Modelle. Wir können aber auch individuelle Lösungen herstellen, wenn ihr Entwässerungstechnik in eurer Berufsschule zeigen möchtet. Und tolles Beispiel, das wir hier unter aktuelles gerade eingefügt haben, das klar macht, mit wie viel Aufwand hier dem Auszubildenden Entwässerung aber einmal so vorgeführt wird, dass er das sein Leben lang nicht mehr vergesst. Schaut mal hier, Abwasserwand und hier werden alle relevanten Themen, Be- und Entlüftung. Ich glaube, der kann auch hier irgendwo zumachen, um mal zu zeigen, wie Geruchsverschlüsse leer gesaugt werden. Alles, was rund um Entwässerung zu wissen ist. Da steckt unsere Hebeanlage, da ist ein Rückstauverschluss drin. Also hier hat man richtig Aufwand betrieben, um Entwässerung sichtbar zu machen. Das kriegt man normalerweise in einem Gebäude alles nicht zu sehen. Geht es immer noch weiter. Genau, wir haben eine Menge Bilder reingehängt, weil das eine Referenz ist. Wir haben aber auch in Baden-Württemberg tolle Berufsschulen ausgestattet. Es gibt auch professionelle Anbieter von diesen Techniken. Solche Abwasserwägen mit Rückstau, mit was auch immer kann man kaufen. Jetzt bräuchte ich mal ein Escape von der Tastatur, um hier wieder rauszukommen. Also da machen wir tolle Angebote. Dieses Bildungspartnerportal hat einen Bereich, der geschützt ist, der nur für Sie, für den Profi da ist in der Ausbildung, für den man sich anmelden muss. Dann bekommt man aber eine ganze Menge an Informationen, die eben nicht für alle zugänglich sein sollen. Nämlich unsere Präsentationen. Die könnt ihr hier nutzen, downloaden. Filme, die wir euch hier in der Übersicht, in der schönen Übersicht auf YouTube zur Verfügung stellen. Da geht es um Prinzipien, die wir erklären. Es geht um Animationen, aber auch Probleme. Wir machen Einbauvideos inzwischen sehr viel. Also wir digitalisieren unsere Weiterbildungsangebote immer mehr. Und das findet ihr alles hier in der Rubrik Filme zum Selbstnutzen in der Ausbildung. Wir haben für den Lehrenden, und das wendet sich an Berufsschullehrer, aber auch Meister, Techniker, Ausbilder oder den Professor an der Uni, der sich mit den Ingenieuren da beschäftigt, Bildmaterial zur Verfügung. Wir haben tolle, einfache Szenarien, die klar machen, wie Entwässerung funktioniert, was sie tut. Kann man hier auf das Angebot klicken, downloaden, hat ein Paket an Abbildungen zum Beispiel. Wir bieten euch Funktionsmodelle, also Entwässerungstechnik. In der Regel ist das eins zu eins das, was wir verkaufen jeden Tag an das Handwerk. Hebeanlage bekommt ihr von uns, um sie in Funktion zu zeigen, um sie zu warten, auseinanderzunehmen. Könnt ihr von uns gerne haben. Ihr müsst dazu nur eines tun, mit uns ins Gespräch kommen. Werksbesuche. Markus Specht hat das zu Beginn schon kurz thematisiert. Ich glaube, und ich habe es ja auch formuliert, eine gewisse Sehnsucht, mal wieder miteinander zu reden, zusammen zu sitzen, abends auch bei einem leckeren bayerischen Weißbier und sich die Fabrik mal anzuschauen. Das Angebot mache ich jetzt hiermit nochmal ausdrücklich an alle Lehrenden. Wer Lust hat, Kessel kennenzulernen, uns zu besuchen. Wir sind in der Nähe von Ingolstadt zu Hause, Lenting, kleiner Ort. Wir machen da all das, was ihr heute hier gesehen habt an Materialien, machen wir selbst. Ich kann euch zeigen, wie es hergestellt wird. Und kommt gerne zu uns. Wir haben regelmäßig Besuch aus der Ausbildung. Drittes Lehrjahr. Die Vernünftigen mitnehmen, die, die keine Lust haben, sollen zu Hause bleiben. Dann sind das richtig gute Events, wo wir einen tollen Nutzen von haben, weil das die Ausführenden und die Entscheider und die Gestalter der Zukunft der Branche sind. Ich weiß, dass ein gutes Drittel der Menschen, die Ausbildung machen, in dem Beruf bleiben am Ende. Und an denen haben wir natürlich ein großes Interesse, sie früh mit unseren Themen in Verbindung zu bringen. Und da könntet ihr die Mittler sein. Und dazu machen wir hier ein breites Angebot. Im Bildungspartnerportal gibt es ein paar Dinge auch, die für jeden zugänglich sind. Das sind so die Standardinformationen. Ich gehe hier mal auf Zurück. Das letzte Angebot hier war individuelle Seminare. Also wenn ihr das möchtet, kann der Kessel Vertriebsmann auch vor Ort in der Berufsschule mal auftreten. Viel besser, wenn ihr aus der Nähe Hamburg kommt. Kommt ins Kessel Kundenforum nach Hamburg. Und wir zeigen euch da, wie Entwässerungstechnik funktioniert. Also hier gibt es weitere Angebote, die offen und für jeden zugänglich sind. Kataloge, Prospekte. Das sind im Grunde eine Sammlung der Informationen, die für euch interessant sind. Und die es aber auf Kessel.de sowieso gibt. Gut. Ich kriege gleich das Timeout. Einen Satz habe ich noch für euch. Zeigt mir bitte nochmal meine Folien. Ganz am Ende zeige ich euch nochmal einen kurzen Blick in ein Kundenforum. Kessel AG, um euch da ein bisschen neugierig zu machen. Ich habe euch ja gesagt, wir sind vor Ort. Und das seht ihr hier zum Beispiel. Das ist unser Kundenforum in Dortmund. Aber ähnlich schaut das überall aus, auch in Hamburg. Also wir haben eine Fläche, hier linke Seite, auf der wir Dinge zeigen können. Rechts Technikausstellung. Ganz hinten die großen Kisten, die ihr da seht. Das sind aufgeschnittene Hebeanlagen in der Mitte, in einer Bodenplatte integriert. Die laufen. Da lassen wir Wasser laufen, erzeugen Rückstau. Die Rückstauppumpanlage drückt dagegen. Ihr seht hier rechts zwei Schachtsysteme stehen. Das ist eine Hybridhebeanlage im Schnitt. So kriegt man das nirgendwo anders zu sehen. Da kann man die Dinge tatsächlich richtig begreifen. Also besucht uns. Dazu möchte ich euch jetzt hiermit zum letzten Mal offiziell nochmal einladen, auffordern. In einem der Kundenforum. Wir würden uns sehr freuen. Wir geben dafür eine Menge Geld aus. Und es ist genau für die Menschen gemacht, mit denen ihr da jeden Tag arbeitet, die in der Ausbildung sind, kriegen von uns hier Entwässerungstechnik ganz nahe gebracht. Okay. Ich denke, wir haben es gut hingekriegt in der Zeit, über die Themen zu sprechen, die mir wichtig waren, von denen ich glaube, dass sie auch für euch hoffentlich wichtig waren. Ja, und an denen wir irgendwie gemeinsam ja auch weiterarbeiten könnten mit der einen oder anderen gemeinsamen Aktivität zukünftig. Vielleicht dann auch wieder von Angesicht zu Angesicht, Marco. Andreas, eine Frage habe ich noch. Und zwar, also ich denke, wir haben alle Themenfelder beackert, die wir im Vorfeld ja auch schon abgefragt hatten, die du ja auch vorbereitet hast. Eine Frage habe ich noch zum Bildungsportal. Wie kommen jetzt unsere Lehrer ins Bildungsportal rein? Benötigt es da spezielle Zugangsdaten? Wo melden sie sich an? Läuft das über dich, über mich? Ja, das kann man ganz einfach selbst machen. Könnt ihr gleich machen auf kessel.de unter Service, Weiterbildung, ein bisschen runterscrollen. Dann kommt irgendwann ein Link auf diese, das ist eine eigene Landingpage auf diese eigene Seite. Und dort könnt ihr einen guten Teil der Informationen sofort öffentlich sozusagen abholen. Der Teil, der geschützt ist, für den muss man sich anmelden, lediglich mit E-Mail-Adresse und Namen. Mehr wollen wir gar nicht haben, denn wir wollen nicht jedem unsere Folien und unsere Inhalte zur Verfügung stellen. Diesen Bereich, den wollen wir, sage ich mal, schützen und deswegen diese nötige Anmeldung. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr dann permanent mit irgendwelchen Werbebotschaften bombardiert werdet. Dazu müsstet ihr den Newsletter abonnieren, wozu ich dem Lehrenden aber auch rate. Denn dann wirst du von uns auf dem Laufenden gehalten, wenn Normenänderungen kommen, wenn ganz neue Technologien da sind, dann wird man eben über so ein Newsletter darüber auch informiert. Okay. Also auch als, das mache ich noch fast kaputt hier. Als Vertriebler habe ich noch eine ganze Menge gelernt heute. Vielen, vielen Dank, Andreas. Prima. Ja, wie gesagt, ich möchte auch nochmal Werbung dafür machen für einen späteren Werksbesuch. Wie gesagt, die Einladung von dir, sie kam. Da hoffe ich mal, dass wir da später auch nochmal darauf zurückgreifen können. Wenn, ja, ich sage mal, diese Möglichkeit dann auch wieder besteht. Sehr gerne. Sag ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas, dass du heute an unserem ersten Experten-Webinar dich zur Verfügung gestellt hast. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. War eine super Veranstaltung, professionell gelaufen. Wenn wir so gut rüberkommen, wie ich das hier auf dem Monitor beobachten durfte, dann nochmal großes Lob an die Technik. Wir senden ja inzwischen auch viel aus Länding, kleines Studio. Ihr macht das hier richtig gut. Toll, professionell. Also ich muss euch da mal ausdrücklich loben für das, was ihr hier gemacht habt. Gute Arbeit. Nehmen wir gerne an, vor allem auch die Kollegen im Hintergrund. An die Teilnehmer möchte ich jetzt nur folgende Ansage richten. Also Sie können gerne in der Leitung bleiben, können sich auch ausloggen und später auch mit den Zugangsdaten wieder anmelden. Um 14.30 Uhr startet dann der zweite Vortrag. Da sind wir. Und ja, ein bisschen Zeit zum Luft holen, Kaffee trinken, beziehungsweise noch, um andere Kleinigkeiten zu erledigen. Andreas, vielen Dank. Ich habe zu danken, auch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und gerne irgendwann dann auch mal von Angesicht zu Angesicht. Und ein wichtiger Punkt noch, das heißt, die PowerPoint, den Vortrag, den können die Interessenten dann auch gerne bei mir abfordern. Stelle ich dann gerne zur Verfügung. Prima. So machen wir das. Genau. Alles klar. Ich sage bis später und Andreas, die gute Heimfahrt und bleib vor allem gesund. Dankeschön. Ebenso. Tschüss zusammen. Bis später. .